Jo Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute ja werden wir mal ja ich werde ein gespieltes Gameplay kommentieren und ja den Rest hier noch im Intro de Anglomer für 300 Abonnenten und wenn es sich gefällt lasst, bis dann, ciao. Oh, da sind wir auch schon im Gameplay und ja, da geht es auch direkt los. Wir sehen hier mich, ich habe hier natürlich mein ganzes Mal über den DeLoren, ja, Dings, ja. Und da, ja, ich glaube, ich hatte nicht den ersten Balkon-Druck, selbst ich weiß. Und da habe ich den auch schon abgewertet, richtig für Manuel Neuer. Und ja, oh, da ist er weg, ach, jetzt, ach, jetzt, das ist das ewigste. Ich wollte da eigentlich nur so reinmachen, aber ich habe den nicht so ganz bekommen. Ähm, dann nochmal, ne? Aber ich fand es auch fies, wer den auch dann genommen hat. Ich meine, der wäre reingegangen, glaube ich, vielleicht, ne? Okay, doch nicht. Okay, ähm, guter Schuss. Ja, warum denn noch nicht? Und da ist irgendwie ein Spieler von der Weg, ach, okay. Ich fahre jetzt mit einem Tor, alles klar. So, ich glaube, jetzt machen die ein Tor, ne, die machen, schon, die machen, das Gameplay ist schon ein bisschen älter. Und so, jetzt ein schneller, oh, um den Spieler, ne? Richtig episch. So. Oh Gott, was mache ich denn da? Ja, ein guter Schuss. War ein guter Schuss. So, das Niedro habe ich natürlich nicht bekommen, alles klar. Aber, aber, das wird auch geil, denn am Ende lief noch mein Teampartner. Aber, und es geht, ja, gut für mich aus, denke ich. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel gesagt, aber, ja. Im Hintergrund läuft übrigens Musik gerade von Togo. Und das, oh, ich bin da, ich konnte nicht aufgreifen. Das, das heißt, ähm, der Live von Togo. Und von No Copeland Sounds. Ja, easy. Und, ja, ich war schnell jetzt wieder, pardon, als erstes Name. Oh, jetzt konnte ich, als... So, oh, egal, als Schuss kommt's. Ähm. Genau, jetzt, jetzt war es, glaube ich, die Situation, da, wo ich den so abwenden wollte. Und, ja, das war dann doch ein richtig kleines Tor. Kommt vielleicht auf diesen Schuss an, ja, richtig ewig, oder? Wie der noch reingegang ist. Wow. Wie der noch, als Schuss, ich glaube, ich muss selber, wie immer. Jetzt läuft es gerade im Hintergrund, oh Gott, ich bin es gut. Es ist auch vom Togo, sein und, äh, SINDEK, das Lied heißt, das, wie der noch ist, und da, ein schöner Tor, genau, ein schöner Tor. ein schönes Tor von mir. Also sehe ich so. Und ja. Drei einzelne so. Und ich kam nie als erster am Ball. Das fand ich mir so komisch. Und mein teammate hat auch übelst schlechten Ping. Ich weiß nicht, ist der gelieft dann später? Oder? Oh Gott, stimmt. Jetzt kann die Situation, wo der auf Cover und die irgendwie so einen Schuss noch haben würden. Ich habe gar nicht irgendwie abtreffen und dann geht der noch rein, oder? Ja. Ja, dann ist mein Teampartner, was? Der ist jetzt gerade geliebt worden. Ne, der war noch da. Genau, mein Teampartner war jetzt die ganze Zeit AFK. Ich weiß nicht, ob er es mit Absicht gemacht hat, oder einfach der Ping war. Ähm, ich meine, ich hatte einen ganz guten Ping. Also. Ja, Spaß. Ähm, und. Ah, ich. Also, wenn ihr wollt, dass ich öfter irgendwie solche Gameplays, äh, nachkommentieren, dann, sagt es mir doch mit einer großen Wertung. Und, ähm, einen Kommentar am besten. Vielleicht auch andere Spiele. Ich kann auch mal GTA, wenn ihr wollt. Ich hab das ja auch, äh, ich hab das übrigens auf der PS4 gespielt. Ähm, also das, äh, wirklich Gameplay. Und, ja, da wusste ich natürlich, dass der Ball nicht rein geht. Und bin auch bewusst weggefahren. Ja. Ja, jetzt, jetzt kommt natürlich. Genau. Jetzt, äh, das war so übelst. Ja, ich, ich, äh, zerstöne erst mal. Dann kommt der andere von hinten. Schubs misst du übel ins Tor. Und ich schicke an den Ball. Und dann kriegst du natürlich den Headrick. Ihr seht der 16er Ping. Easy. 560 Punkt. Easy alles. Ich hoffe, die, äh, audiospur verrutscht nicht. Ich hoffe es. Und, ja. Ich finde, ich finde, was geht, läuft ganz geil. Und, ja, ich weiß nicht, äh, ich glaub, die machen noch ein Tor. Was ist das? Ja, da hab ich den nochmal übelst abgewertet. In seinem Vorlage. Ja, jetzt, genau, jetzt kommt die Situation, wo der noch rein macht, glaub ich noch. Ich glaub, ich hab jetzt, dann am Elf 4-3-0 noch gewonnen. Oder, oder? 5-4-0, keine Ahnung. Ja. Ich hab mit den Deliver'n, äh, ein bisschen zurecht gemacht. Ich find den ganz geil eigentlich so. Also, ich weiß nicht, ob das Auto wechseln brachte noch. In Zukunft. Aber, ich bin mit dem auch, waren ganz so viel. Ja, ich find, ich find, ich bin eigentlich nicht ganz so, äh, so gut. Ich, äh, ganz ehrlich, da zusammen. Und, ähm, ja. Joa. Ja, noch eine Minute. Ähm. Und, jetzt läuft, im Hintergrund, Laszlo, fall to the light. Genau. Ich verstehe auch nicht, was der andere mit dem Ball so hin- und herzürbelt. Dadurch natürlich vieles abgewertet, ne? Ich glaub, ich hab sogar noch ein Tor gemacht. Ich weiß es ja. Ich hab, glaub ich, kein Tor gemacht. Aber, es war ja zu knapp. Die machen, haben nämlich fast noch ein Tor gemacht. Naja. Also, das war's dann gewesen. Von dem Gameplay. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann, lasst doch Postleiter da, lasst einen Kommentar da. Und es kann das Album-Special Nummer 2, Teil 2, folgt bald. Und, wir sehen uns dann. Haut rein! Und, wir sehen uns dann.